Hallo zusammen, bevor wir das Video starten, möchte ich euch noch ganz kurz was Kleines fragen. Und zwar, ich möchte ein bisschen mehr anfangen, wieder zu streamen. Nur, das große Problem momentan ist, aus meiner Sicht, und da habe ich auch schon ein paar Leute gefragt, ist, wieso habe ich zwei separate Streaming-Channel? Und das liegt daran, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, wenn ich halt mal auf dem englischen, also auf dem jetzigen, auf dem Hauptkanal, also World of Raging Lab, der unterstriche WOT, Deutsch-Stream, beziehungsweise Englisch, und ja, das weiß ich halt nicht. Und darum habe ich eigentlich angefangen, halt einen eigenen Streaming-Channel zu haben, namens RagingRaptor-WOT.de. Jetzt leider nach einer gewissen Zeit, wo ich jetzt auch mit beiden Channels gestreamt habe, ist es extrem mühsam, weil ich die ganze Zeit hier, ich ziehe es jetzt mal kurz hier rüber, ja, sehr schön, OBS, muss ich die ganze Zeit hier dazwischen wechseln, und ich muss auch den Stream-Key wechseln, nur das große Problem ist, ihr könnt es sehen, ich habe es eigentlich gelabelt als deutscher Stream und als englischer Stream, diese Sachen hier bleiben, die sind über OBS gespeichert, das ist extrem, extrem, extrem mühsam. Darum ja, würde es euch etwas ausmachen, wenn ihr mich auf Twitch zum Beispiel abonniert, oder nicht abonniert, also folgt, besser gesagt, so folgen, dass ich halt manchmal auch mal Deutsch, äh, manchmal Englisch mal streamen werde, und manchmal halt wieder Deutsch streamen werde. Macht es sich was aus? Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, und bitte, macht bei der Umfrage oben im i-Icon mit, weil, ja, wenn es natürlich dann wirklich so funktionieren würde, dass wir alles auf einem Kanal machen könnten, könnten wir die, ähm, die Views könnten wir zusammensammeln, zusammenrupfen, und ja, wäre echt super. Ich persönlich tendiere eher auf einen Channel, aber das liegt ganz nahe an euch. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit, Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hallo zusammen, mein Name ist Redschungglappter.de, und ich begrüße euch zu einem World of Tanks Herausforderungsvideo. Und die heutige Herausforderung, oder die erste Herausforderung, dieser ganzen neuen Serie, ist Foch E-155, oder Foch H-E-155, der Foch H-E-155, mit H-E-Only. Und damit die Leute noch ein bisschen wissen, ja, was ist denn genau World of Tanks Herausforderung? Ihr dürft mir eine Herausforderung in die Kommentarsektion reinstecken, und ich probiere das mit mindestens zwei guten Gefechten zu kommentieren. Und ja, das erste Gefecht, das kam aus einem Troll raus, als ich mit Limited Edition und Too Cute For You von OM oder Mortis zusammen ein bisschen Schabernack getrieben haben. Ich habe gesagt, weißt du was, Ich spiele mal Foch mit H-E-155, mit H-E-Only. Und da haben wir jetzt, der erste Schuss ist ein, ja, schöner Splash-Schuss auf den Leopard 1, und der zweite ist ein wunderschöner Penhead. 1.109 Schaden weniger unter Leopard 1. Da denkt sich jetzt, wieso zum Teufel schießt ein Typ von Oda Mortis dem besten reinen deutschen Clan in der Climax-Kampagne mit H-E? Ja, damit er ein doofes Video auf YouTube hochladen kann. Schätzbar Seite, der letzte Schuss ging leider ein bisschen daneben. Ich war ein bisschen zu greedy, wollte mehr, als ich schlucken konnte und habe dabei halt ein bisschen daneben gezielt. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt noch in der Nachladezeit. 43,95 Sekunden mit starkem Kaffee, Waffenbrüdern und Ansätzen. Keine speziellen Derivativen oder verbesserten Modulen. Und was sehen da meine kleinen Äuglein? Eine Grille, 15. Und der erste Schuss in der Seite ist ein 418 Damage Shot mit D-Check. Der nächste Schuss ist ein Blindschuss. Und plötzlich, oh, er hat ja gar keine Hitpoints mehr. Und das führt mich zur, oder, führt mich zur Conclusion, dass dieser Panzer, also ich ihn gepennt habe, für 1000 und etwas unangezündet habe. Und der König des HE-Spams, der 183er, keine Chance. Außer die Saiten sind zu schwach unten. Die Saitenwanne sind zu schwach für meine HE. 90 Millimeter Durchschlagskraft, 1100 Alpha und bam, hat er da noch eine 1051er geschnabuliert. Bis jetzt ein sehr, sehr gutes zwei Clips und auch bis jetzt eine sehr, sehr gute Runde, weil das ist auch normalerweise, was ich anvisiere mit einem Panzerzerstörer. 3.500 Schaden, das ist bei mir so der Durchschnitt, den ich wirklich auch probiere anzuvisieren. Wir sind jetzt bei ungefähr 4K wegen dem einen Schuss, den ich ja unsichtbar auf den Gegner gemacht habe und auf die Grille 15. Deswegen hat sie auch noch einen schönen Brandschuss Schaden gekriegt. Und jetzt das Objekt 268 schön zeigt es mir, das ist ein Popo, ich ziehe ihn mir schön rein und oh, noch ein neuer Penn-Schuss. Wir sind jetzt bei ungefähr 5.000 Schaden in einer enorm kurzen Zeit. Währenddessen hat sich Limited Edition mal gesagt, wisst du was, du Raging Raptor kannst das Spiel noch fertig spielen, ich mach mal Pause. Ist vom TVP rausgekrippt worden, ich lasse es mit dem Nachladen und hab mich hier gefragt, what the hell, wieso ist der Forch 155 so langsam? Und ja, er wurde halt mal hart genervt und er ist immer noch ziemlich langsam. Leider habe ich mir gesagt, nee, der TVP, da lohnt es sich nicht mehr drauf zu schießen, vielleicht kriege ich noch was auf den E100 oder auf den E3. E3 wäre natürlich das Ziel gewesen, weil seine Arschpanzung und Seitenpanzung sind einfach nur extrem schwach und das wäre natürlich nochmal ein Pennschuss gewesen. Aber wir fahren über den Hügel rüber, der Type 5 schwer, der wird dann gleich mal in den Löffel beißen. Der E100 gibt uns auch einen Schuss, er denkt sich, hey, ich bin auch mal Akko, Akko, schießt HE, leider der erstotrotz macht er nicht so viel Schaden wie ich und ja, da sind wir. 5 HPs haben wir noch gezogen, um noch den letzten Kill zu kriegen. Das erste Gefecht, in weniger als 5 Minuten ist es schon wieder vorbei. Was für ein Gefecht. Ein Panzerabzeichen 1. Klasse mit 5.350 Schaden. 77% Genauigkeit und wir waren der der Beste vom von den Damage her. Wir hatten den meisten Schaden vom ganzen Team, vom ganzen Spiel mit 5.350 Schaden als FOCH HE 155 Nice. 9 Schüsse, 7 Treffer, 7 natürlich Penetration Hits, weil es HE ist und wir hatten insgesamt glaube ich 1, 2, 3, 4 Pen Hits von 7. Das ist natürlich eine enorm, 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 gute Quote und ich darf mich definitiv nicht auf sowas weiterhin verlassen dürfen. Ups, da bin ich schon ein bisschen zu weit gegangen. Dennoch, ja, 3.000 Schaden haben wir über 300 Meter gesnippt, ziemlich lucky da und 4 Minuten 13 für so ein gutes Gefecht. Und mir ist aufgefallen, verdammt, die HE ist teuer. 9.800 haben wir gezahlt für 9 Schüsse, das ist schon nicht gerade von schlechten Eltern. Aber nun gehen wir zum zweiten Gefecht auf Paris und hier sind wir wieder in einem Top-Tier-Gefecht. Diesmal ist es nicht 15 Würfes 15, sondern ja, 5, 10 versus 15. Ja, und hier ich entscheide mich weiterhin natürlich für die sehr, sehr gute HE-Munition und ja, wie ist es eigentlich diese Idee, von wo ist eigentlich diese Idee gekommen? Ja, er ist natürlich den 183er, das ist natürlich auch so eine HE-Schleuder und natürlich diesen blöden Type 5 Heavy. Also ganz im Ernst, so ein doofer Panzer. Leider sind wir immer noch in der Nachladezeit. Das Skoda T50 wäre ein super cooler Pendeln in die Unterwanne. Leider Gottes fährt er zu weit vor, unsere Kamu ist zu schlecht und ja, erst jetzt sind wir nachgeladen. Schade. Das Skoda T50 ist auch allgemein eine very lucky Person. Also eine sehr glückliche, na natürlich eine very lucky Person, eine sehr glückliche Person in dem Spiel. Werdet ihr aber gleich sehen, aber ich glaube mein erster Schuss, den ich mache, ist natürlich auch ganz stark. Ich bleibe weiterhin auf dieser Position, weil ich kann, ich denke immer noch, da kommt sicher noch Havis vorbei und hohohohoi, hallo Mäuschen. 305 Schaden in die Seite und ich glaube, unser liebes, nettes Mäuschen hat nicht gewusst, dass es einen Feuerlöscher gibt, weil 1074 Schaden auf unser Konto nur durchbrannt ist natürlich mehr als Deluxe. Wir haben noch zwei Schüsse in unserem Magazin, es würde sich jetzt noch nicht lohnen nachzuladen, vor allem, so wie es ausgesehen hat, möchte der Skoda T50 ein bisschen schabernackt treiben. Da ist er, können wir ihn treffen? Nein, der Schuss ging gegen ein Auto, so wie es aussieht, aber fear not, Raging Club, der weiß, wo er als nächstes auftaucht. Diesen Schuss hat er gedodged mit ein bisschen Lack, weil da ein Falschpark in seinem Auto parkiert hat, aber jetzt komme ich abgezielt, schieße und der Schuss fliegt leider drüben, da er hinten ans Haus rangezielt hat. Ich musste ein bisschen vorzielen, ein bisschen mehr vorzielen. Das hat mich leider den Penhit auf den Skoda T50 Seite gekostet. 1379 Schaden, nicht so erfolgreich wie das erste Magazin vom letzten Gefecht, das war ja bei 1400 glaube ich, aber nichtsdestotrotz, Lucky war mal so oder so. Wir sehen noch in 21 Sekunden nach aller Zeit, der Skoda T50 der liebt es uns zu triggern. Er möchte uns glaube ich echt ein bisschen tilten, aber das ist uns egal. Ich sehe, dass das Feld ein bisschen aufgeräumt ist, ich fahre ein bisschen aggressiver, um zu flankieren. Weil, was sehe ich denn da, was sehen meine schönen glänzenden Äuglein da, ein M103. Und was wissen wir denn alle? die T110-Reihe, die M103-Reihe, die T32, T29, alle haben schlechte Arschpanzerung. Der Superconqueror hat sich dafür entschieden, nochmal den Schuss zu fressen, leider Gottes, ja. Geht unser Schuss dann daneben, also schön, 490. Der Schuss in die Seite des M130 geht nochmal am Schoko ran und wieder müssen wir nachladen. Wir haben nochmal 490 Kettenspot gekriegt, das ist auch natürlich sehr nice, gefällt mir dadurch sehr gut. 2193 Damage, ja, ist vielleicht so um die 2500 jetzt nach dem Blindschuss noch auf dem Schoko. Ja, wir sind leider immer noch im Nachladen, wir werden jetzt wenig Glück haben, noch den M103 nochmal zu pennen. Darum, ja, und die HP ist langsam aber sicher, ja, sagen sie goodbye. Moonman, nein, wir sind mehr als doppelt so viele HPs im Vorteil, der Schoko fährt genau noch im richtigen Moment in die Deckung, um nicht noch von mir einen zu kassieren, aber, oh, was ist denn das? Ein Leopädiar mit 762 HPs? Das wäre natürlich ein super guter Pen für uns. Leider ist er noch ein T49 und ich weiß ganz genau, was der will. Ich fahre um die Ecke rum, Ziele ein, leider geht der Pen nur in die Seite für 500 Schaden und der T49 muss ihn noch für die letzten 15 HP klauen. Dankeschön, mein Freund. Wir haben noch zwei Schuss in unserem Magazin, vielleicht können wir das Spiel noch retten auf unsere 3000 Schaden, 3500 wäre immer noch das Ziel, wie schon vorhin gesagt und wir fahren rum, da ist die Arty, ich schieße während der Fahrt und ich lasse sie mit einem HP stehen. Was ist denn das? Aber kein Problem, 12 Kilometer pro Stunde Rückwärtsgeschwindigkeit sind kein Problem, mein letzter Schuss geht ins leere Frack und das Spiel ist vorbei mit 3380 Schaden und 490, äh, 469 Spot. Ja, und lustig noch dazu ist, das ist das direkt zweite Gefecht, oh hallo, das direkt zweite Gefecht nach dem Westfield-Gefecht. 3586 Schaden haben wir am Schluss gemacht, wir haben also den Schoko nochmal für ein bisschen Schaden getroffen, finde ich super, diesmal musste Limited Edition mal seine Carry Pants auspacken, aber too cute for you, dieser Noob, der kann eh nix, als nicht mal er schafft, seinen 3K-Schaden hinzukriegen, he he. Weiter, 9 Schüsse, 6 Treffer, 1 Splash, weiß nicht was das für ein Splash war, leider, 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 der Skoda T50, der wäre es gewesen, wenn ich da nicht dreimal daneben geschossen hätte, wie ein Kackbot, dann zweimal daneben geschossen hätte, das wäre super gewesen. Aber ja, das ist die erste World of Tanks Herausforderung, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst es mich wissen, was wollt ihr als nächstes sehen, was für eine Challenge. Was ich bis jetzt beim englischen Video in den Kommentaren gesehen habe, ist IS-4 mit der Stockkanone. Oh man, das wird lustig. Natürlich, ihr könnt eure Ideen unten in die Kommentarsektion schreiben, sagt mir, was ihr denkt, kann auch ein anderer Panzer sein, ich probiere es dann zu machen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye-bye.